Carmen Nebel ist eines der prominenten Gesichter des deutschen Fernsehens, bekannt durch die seit vielen Jahren im ZDF ausgestrahlte Sendung Willkommen bei Carmen Nebel. In den Augen der Öffentlichkeit ist sie auf der Leinwand ein Symbol für Erfolg und Charme, doch im Rampenlicht verbirgt sich ein Leben voller Traurigkeit und Sorgen. Sie hat in ihrer Karriere viele bemerkenswerte Erfolge erzielt, aber es mangelt nicht an Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sie zu der Person gemacht haben, die sie heute ist. Die im ostdeutschen Grimmer geborene Carmen Nebel kam schon sehr früh in die Unterhaltungswelt und entwickelte sich schnell zu einer der beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Mit ihrem geschickten und charmanten Führungstalent hat sie eine glanzvolle Karriere aufgebaut, die Jahrzehnte andauert. Ihre Unterhaltungsshows begeistern das Publikum nicht nur durch attraktive Inhalte, sondern auch durch ihren anspruchsvollen und humorvollen Moderationsstil. Carmen Nebels Karriere war nicht immer voller Rosen. Obwohl sie von der Öffentlichkeit geliebt und respektiert wurde, verliefen die Dinge nicht immer reibungslos. Sie war mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert, darunter auch mit Veränderungen in der Fernsehbranche, wo sich die Bedürfnisse der Zuschauer ständig ändern. Lange Zeit musste sie hart arbeiten, um ihre Position in der Unterhaltungsbranche zu behaupten, insbesondere im Wettbewerb mit neuen Programmen und jüngeren Moderatoren. Einer der größten Misserfolge in Carmens Karriere war, als ihre Sendung »Willkommen bei Carmen Nebel« nach fast 17 Jahren eingestellt wurde. Das war nicht nur für sie, sondern auch für Millionen treuer Fans ein großer Schock. Die Sendung war einst eine der größten Unterhaltungssendungen Deutschlands und lockte bei jeder Ausstrahlung Millionen von Zuschauern an. Die Absage löste bei vielen Menschen Bedauern aus und für Carmen war es eine große Wunde in ihrem Herzen. Carmen Nebel bewahrt jedoch stets eine optimistische und starke Haltung. Sie ließ nie zu, dass diese Misserfolge ihr Engagement und ihre Liebe für ihre Arbeit überschatteten. Sie versucht stets, Wege zu finden, sich an Veränderungen anzupassen und trägt weiterhin auf vielfältige Weise zur deutschen Unterhaltungsindustrie bei, auch wenn sie nicht mehr so oft vor der Kamera steht wie zuvor. Obwohl Carmen Nebels Karriere glänzend verläuft, trägt sie immer eine tiefe Traurigkeit in sich, die nicht jeder kennt. Der Ruhm und Glamour auf der Bühne verbarg die Einsamkeit, mit der sie in ihrem Privatleben konfrontiert war. Carmens größte Traurigkeit rührt wahrscheinlich von der Tatsache her, dass sie für ihre Karriere viele Opfer bringen musste und dass sich dies auf ihre persönlichen Beziehungen auswirkte, insbesondere auf Familie und Liebe. Carmen erzählte einmal, dass sie viele wichtige Momente mit ihrer Familie verpasste, weil ihr Job als Gastgeberin es erforderte, häufig zu reisen und viel Zeit mit ihrer Karriere zu verbringen. Dies verursachte in ihr Bedauern und manchmal untröstlichen Schmerz. Sie hatte immer das Gefühl, dass sie für ihre Karriere einen sehr hohen Preis zahlen musste und dieser Preis war der Verlust ihres Privatlebens. Norbert Endlich, Carmens Ehemann, ist ein verständnisvoller Partner und unterstützt sie stets in jeder Situation. Er war Zeuge der Höhen und Tiefen in ihrem Leben und ihrer Karriere und war immer an ihrer Seite, um sie in den schwierigsten Zeiten zu ermutigen und zu trösten. Seiner Meinung nach ist Carmen eine starke Frau, die immer versucht, Herausforderungen mit Belastbarkeit und Liebe für ihren Job zu meistern. Er gab jedoch auch zu, dass hinter dieser Stärke ein sensibles und verletzliches Herz steckt. Norbert Endlich sagte einmal, dass Carmens größte Trauer nicht die Misserfolge in ihrer Karriere seien, sondern die Einsamkeit, mit der sie konfrontiert sei, wenn sie nach den Auftritten nach Hause zurückkehrte. Obwohl sie Millionen von liebevollen Zuschauern hat, hat Carmen immer noch das Gefühl, als fehle etwas in ihrem Leben, wenn das Bühnenlicht ausgeschaltet wird. Er versuchte immer, ihr zuzuhören und mit ihr zu teilen, aber manchmal fühlte er sich selbst hilflos angesichts der tiefen Traurigkeit, die Carmen in ihrem Herzen trug. Trotz vieler Herausforderungen und Trauer behält Carmen Nebel stets ihre Leidenschaft für die Arbeit und ihre Liebe zum Leben bei. Sie strebt stets danach, nicht nur eine erfolgreiche Moderatorin, sondern auch eine starke, unabhängige und zielstrebige Frau zu sein. Carmens Liebe hört nicht bei der Arbeit auf, sondern gilt auch ihrer Familie, ihren Verwandten und dem Publikum, das sie seit vielen Jahren unterstützt. Carmen ist stets bestrebt, ihre Karriere in einer turbulenten Unterhaltungswelt aufrechtzuerhalten. Sie hat keine Angst davor, zu lernen und sich zu verändern, um sich an neue Zeiten anzupassen, ohne dabei ihren einzigartigen Stil zu verlieren. Sie gibt sich bei jedem Programm und bei jedem Auftritt viel Mühe, denn sie weiß, dass Hingabe das Wichtigste ist, um das Publikum zu binden. Carmens Bemühungen beschränken sich nicht nur auf die Arbeit, sondern auch auf ihr Privatleben. Sie versucht immer, ein glückliches und ausgeglichenes Leben aufzubauen, auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Sie verbringt Zeit mit ihrer Familie, insbesondere mit ihrem Sohn und bleibt stets optimistisch, allen Schwierigkeiten zu begegnen. Mit 68 Jahren ist Carmen Nebel immer noch eine Frau voller Lebensfreude, trägt aber auch viel Einsamkeit und Ängste in sich. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere ist sie immer wieder mit dem Gefühl der Einsamkeit konfrontiert, insbesondere wenn sie auf die vergangenen Jahre zurückblickt. Sie erzählte einmal, dass Ruhm und Aura die Momente, in denen sie sich in der Menge verloren fühlte, nicht ausgleichen konnten. Carmens Ängste sind nicht nur auf ihr Alter zurückzuführen, sondern auch auf das Gefühl, dass sie ständig versuchen muss, sich in einer unter Druck stehenden Branche zu beweisen. Obwohl sie viele Erfolge erzielt hat, macht sie sich immer noch Sorgen, ob sie ihre Position im Herzen des Publikums weiterhin behaupten kann. Sie ist ständig darauf bedacht, ihr Image und ihren Stil aufrecht zu erhalten und das macht sie manchmal müde. Carmen findet jedoch immer Wege, ihre Sorgen zu überwinden und weiterhin das Leben zu genießen. Sie weiß, dass das Wichtigste darin besteht, sich selbst zu lieben und Freude an den kleinen Dingen im Leben zu finden, auch wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Das Leben und die Karriere von Carmen Nebel sind eine Erfolgsgeschichte, aber auch voller Trauer und Sorgen. Sie musste viele Opfer bringen, um ihre Position in der Unterhaltungsindustrie zu erreichen, aber das bedeutete auch, dass sie in ihrem Privatleben Verlust und Einsamkeit ertragen musste. Carmen bewahrt jedoch stets einen optimistischen und entschlossenen Geist, und das hat ihr geholfen, alle Herausforderungen zu meistern und weiterhin zu glänzen. Carmens Ehemann Norbert. Endlich war stets ihr verständnisvoller und unterstützender Partner. Er erkannte, dass Carmen, egal wie stark sie war, immer noch eine sensible Frau und anfällig für die Schwierigkeiten des Lebens war. Es war die Liebe und Unterstützung ihrer Familie, die Carmen half, ihre Traurigkeit zu überwinden und weiterhin einen Beitrag zur Kunst zu leisten. Im Alter von 68 Jahren setzt Carmen Nebel ihre Reise trotz Angst und Einsamkeit fort. Sie weiß, dass das Leben nie perfekt ist, aber mit Entschlossenheit und Liebe zu ihrer Arbeit hat sie starke Spuren in den Herzen des Publikums hinterlassen. Auch wenn die Zeit vergangen ist, wird Carmen Nebel immer eine Ikone des deutschen Fernsehens bleiben und ihre Beiträge werden immer anerkannt und geschätzt. Carmen Nebel ist im Alter von 68 Jahren weiterhin mit viel Trauer und Sorgen konfrontiert, die nur diejenigen verstehen können, die ihr nahe stehen. Hinter dem Bild einer starken, selbstbewussten Frau auf der Bühne verbirgt sich eine sensible und verletzliche Person in ihrem Privatleben. Einsamkeit ist immer noch ein Hauptthema in ihrem Leben, insbesondere während ihre Karriere allmählich in die letzten Jahre geht. Das Gefühl, in einer sich ständig verändernden Unterhaltungswelt zurückgelassen zu werden, verstärkte die Angst, die schon lange in ihrer Seele schlummerte. Norbert endlich. Carmens Ehemann verstand ihre tiefsten Gedanken besser als jeder andere. Er erkannte, dass Carmen neben den Freuden ihrer illustren Karriere auch den Preis emotionaler Entbehrungen zahlen musste. Sie verbringt immer viel Zeit mit der Arbeit und hat Tage, an denen sie ständig reisen und an Veranstaltungen teilnehmen muss, wodurch die Momente mit ihrer Familie und ihren Verwandten selten und kostbar werden. Norbert hat oft gesagt, dass Carmen eine starke Frau ist, aber manchmal leicht von der Einsamkeit besiegt wird. Dies wirkte sich nicht nur auf ihre Beziehung zu ihrem Mann aus, sondern auch zu ihrem Sohn, den sie von ganzem Herzen liebte, aber das Gefühl hatte, dass sie nicht immer da sein konnte, um für ihn so zu sorgen, wie sie es wollte. Carmens ganzes Leben ist eine lange Reihe endloser Anstrengungen. Sie möchte in den Augen der Öffentlichkeit immer perfekt sein, die besten Unterhaltungsprogramme bieten, aber das bedeutet auch, dass sie in ihrem Privatleben mehr Opfer bringen muss. Carmens Liebe zum Gastgeberberuf ist unbestreitbar. Es ist die Hauptmotivation, die ihr hilft, Schwierigkeiten zu überwinden und ihren Geist und ihre Leidenschaft über Jahrzehnte hinweg aufrecht zu erhalten. Diese Liebe bereitete ihr jedoch auch große Schmerzen, insbesondere als die Zeit verging und die Zeichen des Alterns immer deutlicher zu erkennen waren. Das Alter von 68 Jahren bringt für Carmen viele Gedanken mit sich. Obwohl sie viele bemerkenswerte Erfolge erzielt hat, kann sie sich der Sorge um die Zukunft um die Zukunft auszudrücken. Das heißt, man sieht Qualität, aber wenn es dann darum geht, detailliert zu beschreiben, wo liegen die Differenzen zwischen den einzelnen Schulen, dann braucht man viel Zeit, viel Erfahrung. Wie gesagt, diese handfeste Substanz von den Berichten sowieso und vor allem Gespräche, Gespräche und Gespräche. Und das macht dann die Jury ja, glaube ich, sehr ausgiebig und sehr gewissenhaft. Von daher hat man, ich könnte sagen, sowohl ein Rüstzeug, was relativ stabil ist, und man hat Formen, in denen man sich tatsächlich verständigen kann und sagen kann, okay, das sind jetzt herausragend gute Schulen. Und wie gesagt, vielleicht noch ein Punkt, wo man es vielleicht, weil die BBS am Anfang war, das Problem der Vergleichbarkeit hat man ja bei den BBS in besonderer Weise. Hier eine Schule, da eine Schule. Also das ist ja fantastisch, wie man das so zusammenbringen muss. Und trotzdem entsteht ein Gesamteindruck von Qualität. Herr Frey, vielen Dank. Wir dürfen gleich noch zweimal bei Ihnen im Büro vorbeischauen und über weitere Themen reden. Und ich fand, so sehr sind Sie gar nicht ausgewichen. Wir haben den Sport als Beispiel genannt. Meine Gäste in den Sportsendungen, die weichen mehr aus und antworten kürzer. Vielen Dank. Wir gehen in dieser Vielfalt weiter. Wir waren eben bei der Berufsbildung, bei der beruflichen Schule, nach bei der Grundschule. Jetzt landen wir bei einem Gymnasium, und zwar beim Gymnasium Essen Nordost, Nordrhein-Westfalen. Kurz da vielleicht auch die großen Kennzahlen. 840 Schülerinnen und Schüler, 72 Lehrkräfte, 90 Prozent der Schülerschaft mit Migrationshintergrund. Insgesamt 60 verschiedene Nationen sind auf der Schule vertreten. Und ich freue mich, dass mit Thiermo Touré und mit Herrn Brennhold, dem Schulleiter, uns gleich zwei Gesprächspartner aus Essen zugeschaltet sind. Hallo, genau, wir hören mich beide hoffentlich. Thiermo, auch wir haben uns eben auf ein Du geeinigt. Wir waren ja am Mittwoch nur bis 11.30 Uhr circa dabei. Wie verlief der Tag noch in Essen? Ich habe zwischendurch gesehen, da war ja richtig was los bei euch am Schulhof. Ja, also ist auf jeden Fall die Post bei uns abgegangen. Und zwar hat sich ja auch unsere gesamte Schule eben auf dem Schulhof befunden, natürlich unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln. Und wir hatten auch eine sehr große Leinwand, auf der wir das Ganze gestreamt haben. Und im Nachhinein gab es dann auch eine kleine Party. Wenn ich jetzt einen Geschwister oder Neffen hätte, der gerne auf eure Schule gehen würde, oder sich noch zwischen zwei entscheiden müsste. Und ich würde dich fragen, warum soll der auf eure Schule gehen? Was würdest du als Argumente haben? Warum sollte der auf dem Gymnasium Essen Nordost als Schüler anfangen? Da fallen viele Sachen zu ein. Ich würde sagen, zum einen, dass man sich sehr gut engagieren kann. Zum Beispiel bei den Buddys, die sorgen dafür, dass es viele verschiedene Spieleprogramme gibt oder auch in der Schülervertretung. und dass man damit eben auch die Möglichkeiten bekommt, den Schulalltag selber und aktiv mitzugestalten. Das klingt gut. Danke. Tja, nur erst mal für den Moment. Herr Brennhold, ich provoziere in meiner Frage mal ein Bus so ein bisschen oder nehme mal das auf, was im Schulpreis oft gefüllt oder was an den Schulen auch gegeneinander steht, der Gymnasiale allein...